Ach Gott, Leute, was haben wir denn hier? Ein Godknife-Case-Hardet? What? Da hat Skinbaron aber wieder rausgenudelt. Vielen Dank dafür, Barönchen. Hier ein geschwindes Stream-Ankündigungsvideo. Wie immer mit Giveaway, mit Viewer Games, mit einem dicken Geschenk und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie die Streams ablaufen. Alle, die es nicht wissen, kommen am besten dazu, um zu sehen, wie es läuft. Heute ist auch dann das erste Mal dieses Streamlabs OBS am Start. Da habe ich eben schon so ein bisschen eingestellt und werde auch gleich noch weiter einstellen. Wir waren jetzt halt den ganzen Tag unterwegs, deswegen konnte ich noch nichts machen. Aber jetzt setze ich mich dran. Ich habe ja noch knapp eine Stunde Zeit. Ich muss auch noch Skins raussuchen, dann gleich fürs Giveaway mittendrin im Stream. Das muss ich auch noch machen. Ich habe auch die von letzter Woche noch nicht rausgehustelt. An alle, die sich fragen, hey, wo bleibt eigentlich mein, was weiß ich, mein Gewinn halt von letzter Woche. Das ist dann unterwegs zu euch. Gestern und auch heute war ich jetzt viel unterwegs. Wir haben es direkt familiär genutzt, die Zeit. Und ja, da war halt nicht viel am PC. Darum wird jetzt alles noch abgearbeitet. Keine Sorgen. 18 Uhr geht der Livestream los. Guckt mal auf die Uhr geschwind. 17 Uhr 7. Ihr seht das nicht, mein Overlayer, aber ich. Das Video hier wird auch einfach wie immer um Viertel vor erscheinen. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch machen soll. Eigentlich kann ich das hier nicht schneiden. Ich werde es mal machen, weil ich eben gebeuert habe. Viele haben mich gefragt, ob ich mir dieses X-Ray Ultra-Update da holen will. Also diese Waffe halt, die im Update kam. Und ich habe mir sie mal angeschaut in einem Video. Und brauche ich nicht. Sieht nicht überkrass aus. Also finde ich, ich dachte ganz am Anfang, oh, die sieht bestimmt so aus. Wie cool. Aber da sie eben nicht so aussieht wie hier, sondern einfach nur, ja, also dieses typische grün bemalte Eben. Es kommt noch nicht mal so geil rüber, wie es zum Beispiel bei dieser Pipedown der Fall ist. Oder Pipedown, ja doch, Pipedown heißt der. Ja, ist nicht so meins. Und in dem Update, ich habe es ja mitbekommen, um mal ganz kurz drüber zu sprechen, bevor mich da heute wieder alle fragen, was ich von dem tollen Update halte. Ja, also man kann jetzt halt nochmal die Leute irgendwie anderweitig einstellen. Die Avatare und sowas. Das ging davor aber auch schon. Die Avatare heiden, Leute muten und so weiter. Und dann war noch irgendwas. Also die Changes sind für mich jetzt nicht so wichtig gewesen. Und der Skin ist noch unwichtiger als unwichtig. Da kann gerne eine neue ganze Kiste kommen, wenn ich mir Skins halt eben anschauen wollte. Aber eine so eine Sache, also eine Waffe, die man sich kaufen kann, brauche ich jetzt nicht. Auch wenn da eine tolle Geschichte vielleicht dahinter steht, aber, ja. Soweit so gut. Dann sehen wir uns ja gleich im Livestream. Wir beginnen wieder mit dem Low Game. Also alle Ranks unter LE spielen. Danach kommt High Game, alle Ranks ab LE. Und dann werden wir, denke ich, TTT oder sowas spielen. Und uns auch noch mal ein bisschen über unseren Server unterhalten. Also wir haben da wirklich ein gutes Angebot. Und, ja. Leg die schmecke, würde ich sagen. Haut rein. Bis gleich im Livestream. Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Tschüssi, tschüssi.